Willkommen auf der Princess of Wales, dem luxuriösesten Kreuzfahrtschiff der Welt. Alle Annehmlichkeiten unseres Fünf-Sterne-Services stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Genießen Sie Ihre Zeit an Bord, solange Sie noch am Leben sind. Wir haben so einen Kaffee gesehen. Ich habe so, als würde ich Sie sehen. Entschuldigung, ich unterbreche, Entschuldigung. Könnt ihr noch, wenn sie sagt, ja, ich erinnere mich, dass ihr so eine erleichterte, dann hört ihr eigentlich auf zu singen und habt so ein erleichtertes, ähm, ja, oder so ein bisschen Lachen auch. Das Schwein. Wieso? Was meinen Sie, Cleary? 1-5-0-4-1-9-1-2, das ist der 15. April 1912, der Tag, an dem die Titanic untergegangen ist. Okay, Leute, das ist auch nicht einfach für mich. Ich meine auch, ich habe auf dem Schiff hier eine Menge Menschen verloren, die ich nicht kannte. Ich, ich habe es. Oh Gott, her damit. Hier. Ich könnte wetten, dass da nicht nur Klaviermusik drauf ist. Was, was heißt das? Das heißt, alle in Deckung, verdammt nochmal, alle sofort in Deckung. Unter die Tische, unter die Tische. Wer ist getroffen worden? Josh! Ohne Deckung! Zurück in die Deckung, verdammt nochmal! Na los, woran wartet ihr? Ich opfere mich! Wir haben es geschafft, Josh. Die Wände sind weg. Wir sind frei. Ich opfere mich. Cool, ne? Ja. Na gut, also, wenn wir uns morgen Abend nicht sehen, dann liegt das entweder daran, dass euch mein Auftritt nicht gefallen hat, oder daran, dass wir alle tot sind. The Cruise Katja, Katjushka, ich habe dich aufgezogen wie eine Tochter und jetzt verkaufe ich dich. Warte. Für den Meistbietenden wie eine Hure. Ein Hund? Warte. 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 Vielen Dank.